Jeden Tag werden im Internet 300 Milliarden E-Mails versendet, 3,5 Milliarden Suchanfragen bei Google getätigt, 4 Milliarden Videos auf YouTube angeschaut, 35 Millionen Apps heruntergeladen. Da stellt sich die Frage, wie ist es möglich, dass all diese Daten in wenigen Sekunden rund um den Globus reisen und dies Tag für Tag. Als die Internettechnologie entwickelt wurde, breitete sich auch das Netzwerk miteinander verbundener Computer rasant aus. Immer mehr IP-Routen, auch Internetrouten genannt, wurden eingerichtet und bilden heute verschiedene Wege, auf welchen ihre Daten von A nach B gelangen können. Die Entwicklung der Internetlandschaft hat zu immer mehr und immer größeren Datenpaketen geführt, die über ihren Internetanschluss von ihrem Computer gesendet und empfangen werden. Um zu zeigen, wie heutzutage die Übermittlung von Daten im Internet erfolgt, lassen Sie uns beobachten, was passiert, wenn Sie in Ihrer Wohnung in Amsterdam ein Online-Video auf Ihrem Tablet anschauen. Das Video ist im Grunde genommen ein Datenpaket. Nehmen wir mal an, dass es in einem Rechenzentrum irgendwo in Kalifornien gespeichert ist. Über ein Transitnetz wird das Datenpaket zu einem Internetknoten in New York City transportiert, bevor es dann via Unterwasserkabel den Atlantischen Ozean durchquert. Auf der anderen Seite des Ozeans angekommen, wird es von einem Internetknoten in Amsterdam verarbeitet und an das Netzwerk Ihres Internetdienstanbieters weitergeleitet. Der Anbieter stellt den Transport des Datenpakets über die letzte Meile sicher, das heißt bis zu Ihrer Wohnung und auf Ihr Tablet. Diese Distanz, ein Weg von 9000 Kilometern, wird in Sekunden mit Lichtgeschwindigkeit zurückgelegt. Das Internet ist ein komplexes Netz aus vielen Netzwerken. Inhalts- und Anwendungsanbieter können zwischen vielen verschiedenen Möglichkeiten und Partnern wählen, um Ihren Datenverkehr ans Endziel zu leiten. Wie wir gesehen haben, lässt sich die Übermittlung von Daten über das Internet mit einer Reise vergleichen. Wenn man eine Fernreise macht, hat man in der Regel mehrere Stops, an denen man das Flugzeug, den Zug oder den Bus wechseln kann. Diese Stops werden zurzeit abgebaut, und zwar durch die Einrichtung von Direktverbindungen. Internetprovider sowie Inhalts- und Anwendungsanbieter investieren in Direktverbindungen, um die Zahl der Stops zu reduzieren, die Ihr Video durchlaufen muss, damit es in bester Qualität und ohne Verzögerung geliefert werden kann. So weit, so gut. Allerdings wird sich das Internet heute, je länger, je mehr eine Medienplattform, noch weiterentwickeln. Die Evolution des Internets ist noch nicht abgeschlossen. Das Internet wird sich an die großen Chancen und Herausforderungen anpassen müssen, welche die Zukunft bringt. Erstens steigt die Zahl der Internetnutzer rasant. Wir rechnen damit, dass bis 2020 die Hälfte der Weltbevölkerung online sein wird. Das heißt, die aktuelle Zahl der Internetnutzer könnte sich verdoppeln. Logischerweise wird auch die Zahl der IP-Routen und die gesamte Kapazität des Internets enorm wachsen müssen. Zweitens ändert sich die Art des Internetverkehrs. Bis 2025 wird das Internet der Dinge rund 50 Milliarden verbundene Geräte umfassen. Bis 2030 wird die Machine-to-Machine-Kommunikation die Hälfte des gesamten Internetverkehrs ausmachen. So wird zum Beispiel Ihr Smartphone mit Ihrem smarten Kühlschrank kommunizieren und Ihr In-Car-Navigationssystem wird Ihnen die günstigste Tankstelle anzeigen. Ein letzter, jedoch entscheidender Punkt ist, dass das Internet der Zukunft höhere Standards in puncto Qualität, Sicherheit und Datenschutz voraussetzt. Denken Sie an selbstfahrende Autos, Telemedizin und eHealth, Zuverlässige und bezahlbare Echtzeit-Videokonferenzen wie 4K-Videokonferencing und Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt. Für all das brauchen wir Internetverbindungen, die zu 100% zuverlässig sind. Das Internet entwickelt sich permanent weiter. Von einer Plattform zur Übertragung von Dateien bis hin zur heutigen Medienplattform dürfte sich das Internet weiter zu einer Plattform für Machine-to-Machine-Anwendungen entwickeln. Was wir also tun sollten, ist die Weiterentwicklung des Internets zuzulassen, um von neuen Technologien und den sich wandelnden Bedürfnissen der Menschen und Volkswirtschaften rund um den Globus zu profitieren. Auch in Zukunft werden aktuelle Anwendungen, Inhalte und Dienste weiterhin 50 bis 60% des Internets ausmachen. Ausgefeiltere Anwendungen werden Wertschöpfung in Billionenhöhe schaffen, die dem öffentlichen und dem privaten Sektor zufließen. Heute werden die wichtigen Grundlagen für das Internet der Zukunft gelegt, und zwar durch Investitionen ins Internet und in Zugangsbereiche. Es liegt nun im Interesse aller Beteiligten, von Inhalts- und Anwendungsanbietern, über Anbieter von Interkonnektionsverbindungen bis hin zu Internetprovidern, in neue Modelle für Zwischenverbindungen zu investieren. Wir können es schaffen, wenn alle zusammenarbeiten und gemeinsam in die Quantität und Qualität des Internets investieren. Die Qualität des Internets der Zukunft bestimmt unsere Lebensqualität von morgen. die Mehrwert des Internets des Internets da Das ist die Mehrwertung des Internets des Internets des Internets von untertitelt. Vielen Dank.